Gibt es eigentlich einen Ersatz für den bösen, raffinierten Zucker, also den klassischen Haushaltszucker? Essen Sie gerne Süßes? Kein Wunder, denn Zucker wirkt direkt auf das Suchtzentrum des Gehirns. Wenn wir einmal Blut, in dem Fall also Zucker, geleckt haben, wollen wir immer mehr. Ein beliebtes natürliches Süßungsmittel, das gerade Hochkonjunktur hat, ist die Dattel. Aber wie so oft in der Welt der Ernährungsempfehlungen, gehen die Meinungen weit auseinander. Die einen nennen die Dattel ein Superfood, die anderen behaupten, sie mache uns dick und insulinresistent. Was stimmt denn nun? Am Ende dieses Videos wissen Sie nach 5 Power-Vorteilen und 2 Verzehrtipps deutlich mehr. Natürlich verrate ich Ihnen auch, wie viele Datteln es am Tag sein sollen. Datteln sind die Früchte der Dattelpalme und gehören zu den Steinfrüchten. Ähnlich wie bei Trauben wachsen viele kleine Früchte an einem Zweig. Es gibt hunderte verschiedene Arten von Datteln. Bei uns am bekanntesten sind die beiden Sorten Deglet-Nur und Mediol. Mediol-Datteln sind besonders groß, saftig und weich und schmecken zart nach Karamell. Datteln gehören seit Jahrtausenden fest zum Speiseplan vieler Menschen. Sie werden auch das Brot der Wüste genannt. In vielen arabischen Ländern ist es üblich, Datteln täglich zur Begrüßung oder zum Tee zu reichen. Und während des Ramadans verwenden viele Muslime traditionell Datteln, um bei Sonnenuntergang das Fasten zu brechen. Für die Menschheit sind die süßen Früchte so wichtig, dass die UNESCO die Tradition rund um die Dattel im Jahr 2022 sogar zum immateriellen Kulturerbe erklärte. Aber sie sind nicht nur eine natürliche Nascherei, sondern auch echte Nährstoffpakete. Damit kommen wir zu den wichtigsten Vorteilen der Dattel. Vorteil Nummer 1. Vitamine und Mineralien. Datteln punkten mit vielen wichtigen Vitaminen und Mineralien. Darunter einige, die eher schwer zu finden sind. Zum Beispiel das Selen. Dieses Spurenelement brauchen wir unter anderem für eine gesunde Immun- und Schilddrüsenfunktion. Es hat aber auch eine antioxidative Wirkung. Denn es ist essentieller Bestandteil eines Enzyms, das freie Radikale neutralisiert. Dazu aber gleich noch mehr. Neben Selen liefern Datteln ordentliche Mengen an Magnesium, Calcium, Kalium, Kupfer und Mangan. Auch Eisen ist enthalten. Das macht die Dattel besonders für Vegetarier und Veganer interessant. Vorteil Nummer 2. Ballaststoffe. Wie die meisten Früchte, mit Ausnahme der Avocado, enthalten Datteln kaum Fett. Sie bestehen zu etwa 70% aus Kohlenhydraten. Falls Sie jetzt denken, Hilfe, so viel Zucker, kann ich Sie beruhigen. Datteln bringen nämlich gleichzeitig sehr viele Ballaststoffe mit. Je nachdem, welche Sorte sie verwenden und wie reif die Dattel ist, sind es etwa 6 bis 11%. Die Ballaststoffe sorgen dafür, dass der Zucker in der Dattel langsamer an das Blut abgegeben wird. Deshalb haben Datteln trotz ihres Zuckergehalts einen relativ niedrigen glykämischen Index. Ballaststoffe sind unglaublich wichtig für unsere Gesundheit. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für Erwachsene 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Aus meiner Sicht darf es ruhig noch etwas mehr sein. Falls Sie schon mal die Nährwerte Ihrer Mahlzeiten analysiert haben, wissen Sie, dass es gar nicht so leicht ist, diese Menge zu erreichen. Zwei Mediol-Datteln liefern immerhin schon ungefähr 3 bis 4 Gramm. Ballaststoffe regen die Verdauung an, indem Sie den Stuhl weich halten und helfen, ihn weiter zu befördern. Dadurch können Sie Verstopfungen und Darmkrebs vorbeugen. Gleichzeitig sind sie Futter für die guten Darmbakterien. Datteln fördern also ein gesundes Mikrobiom. Ein weiteres Plus. Ballaststoffe halten Sie länger satt. Falls Sie gerade ein paar überflüssige Kilos verlieren wollen, ist das ein netter Nebeneffekt. Vorteil Nummer 3. Wertvolle Antioxidantien. Von den bösen freien Radikalen haben Sie bestimmt schon gehört. Diese sehr reaktionsfreudigen Sauerstoffmoleküle oder Molekülbruchstücke entstehen bei den natürlichen Stoffwechselprozessen im Körper. Bis zu einem gewissen Level sind sie auch vollkommen normal. Schwierig wird es erst, wenn wir zu viele davon im Körper haben und auch produzieren. Das passiert zum Beispiel durch Stress, durch Umweltgifte, durch Rauchen. Machen Sie sich klar, ein Zug an einer Zigarette erzeugt etwa eine Billion freier Radikale. Weiterhin zu viel Alkohol, zu wenig Schlaf oder eine ungünstige Ernährung. Nehmen die freien Radikale überhand, können sie Zellen beschädigen. Das kann bestimmte Krankheiten begünstigen und dazu führen, dass wir schneller altern. Datteln enthalten neben dem Selen noch viel mehr Antioxidantien. Wie gesagt, diese wertvollen Pflanzenstoffe helfen, freie Radikale unschädlich zu machen, sie zu neutralisieren. Interessant ist, dass viele alte Heilsysteme diesen Effekt schon kannten, bevor die Wissenschaft den Begriff Antioxidantien einführte. Im Ayurveda und auch der traditionellen chinesischen Medizin gilt die Dattel seit jeher als wichtiges Verjüngungsmittel. Aus ayurvedischer Sicht nährt die Dattel den Körper auf allen Ebenen. Sie stärkt unsere Vitalität, Immunkraft und Fruchtbarkeit. Das nennt man dann ein Rasayana. Also, wenn das kein Grund ist, mehr Datteln zu essen? Herz und Kreislauf. Datteln enthalten eine ganze Menge Kalium. Kalium ist im Körper der Gegenspieler von Natrium. Wenn Ihr Blutdruck zu hoch ist, haben Sie möglicherweise zu viel Natrium und zu wenig Kalium im Körper. Regelmäßig Datteln zu essen kann helfen, das Gleichgewicht der beiden Mineralien zu regulieren und den Blutdruck möglicherweise sogar zu senken. Erinnern Sie sich noch an die Ballaststoffe, die ich vorhin beschrieben habe? Eine ballaststoffreiche Ernährung ist ein guter Weg, um Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Die Antioxidantien verstärken diesen Effekt. Studien haben gezeigt, dass Datteln eine entzündungshemmende Wirkung haben und zu einem gesunden Cholesterinspiegel beitragen. Die Studien finden Sie unten in der Beschreibung wie immer verlinkt. Datteln unterstützen eine gesunde Geburt. Falls Sie gerade schwanger sind oder jemanden kennen, der bald ein Kind bekommt, habe ich noch eine interessante Information für Sie. Datteln können die Geburt erleichtern. Zwei Studien im Iran und in Jordanien kamen zum selben Ergebnis. Die Hälfte der Teilnehmerinnen aß in den letzten vier Wochen der Schwangerschaft jeden Tag etwa sechs Datteln. Im Vergleich zur Kontrollgruppe blieb die Fruchtblase länger intakt, der Muttermund öffnete sich schneller und die Frauen brauchten seltener wehenfördernde Hormone. Na, was denken Sie jetzt über die Dattel? Für mich gehört sie zu den wertvollsten Lebensmitteln überhaupt. Dass sie manchmal als Dickmacher bezeichnet wird, kommt einfach davon, dass momentan alle panische Angst vor Kohlenhütkarten haben. Aber wenn Sie deshalb auf Datteln verzichten, entgehen ihm viele wichtige Mikro- und Makronährstoffe. Dank der Ballaststoffe lassen Datteln den Blutzucker außerdem langsamer ansteigen als Zucker. Damit sind sie eine tolle Option, wenn Sie Lust auf etwas Süßes haben. Datteln sind unglaublich vielseitig. Sie können sie als Snack essen, in Gebäck als Ersatz für Zucker verwenden und mit ihnen Salate, Curries und auch Porridge verfeinern. Haben Sie übrigens schon mal eine frische Dattel probiert? Bei uns im Supermarkt gibt es sie meistens nur getrocknet zu kaufen. Frische Datteln sind butterweich und schmecken etwas milder als die getrocknete Variante. Das ist ein ganz besonderer Genuss. Ich hoffe, ich konnte Sie dazu ermutigen, mehr Datteln zu essen. Und hier meine abschließenden Tipps für Sie. Tipp 1. Essen Sie Datteln, aber übertreiben Sie es nicht. Wie alle Trockenfrüchte enthalten Sie eine ganze Menge Kalorien. Aus Sicht des Ayurveda begünstigen zu viele Datteln Übergewicht und Flüssigkeitsansammlung im Körper. Und putzen Sie sich nach dem Verzehr gut die Zähne, damit der enthaltene Zucker nicht zu Karies führt. Tipp 2. Falls Sie frische Datteln finden, lagern Sie sie am besten im Kühlschrank und essen sie schnell auf. Tipp 2. Getrocknete Datteln halten sich länger. Passen Sie aber auf, dass sich keine Milben oder andere Schädlinge einnesten. Ein leichter, weißer Überzug macht dagegen nichts. Das ist meistens nur Fruchtzucker, der nach außen austritt. Wie viele Datteln dürfen es nun am Tag sein? Bis zu 6 Datteln am Tag gelten als bedenkenlos. Menschen, die an Diabetes oder einer Fruktoseintoleranz leiden, sollten Datteln allerdings mit Vorsicht genießen. Hm, die Dattel schmeckt aber doch richtig gut. Ganz herzlich, Ihr Ulrich Bauhofer. Sie sind nicht richtig wichtig. Keine Dattel Zielen 一点 Szenary Zielen